Für Ihr iPhone brauchen Sie eine Mikro-SIM-Karte. Wie? Sie haben nur eine normale SIM-Karte? Kein Problem, denn mit diesem Deluxe-Cutter von Callstell machen Sie normalgroße SIM-Karten nun startklar für Ihr iPhone. Der edle Cutter in Chromoptik stanzt in nur wenigen Augenblicken passgenaue Mikro-SIM-Karten. Und so geht's. Einfach normalgroße SIM-Karte einlegen, Hebel drücken, fertig. Der Vorteil? Durch den gleichmäßigen Druck wird ein Kartenbruch verhindert. Dank der kompakten Maße ist das Gerät schnell in jeder Schreibtischschublade verstaut. Mit dem Mikro-SIM-Katter von Callstell bringen Sie im Nu Ihre SIM-Karten auf die richtige Größe. Also schnell bestellen!